Runde 1 gegen Prodigy. Gegen Prodigy. Wer kennt sie nicht? Das ist eine gute Hand. Sind wir on the drum? Ja, stimmt. Ja, ja. Ich würde sagen, gekippt. Ja, die ist toll. Wir sind gefixt. Ja. Also das Doppel-Bring für das CD Unretten. Ja, das kann schon. Das haben wir noch nicht. Oh-oh. Oh-oh, Warriors. Ja, aber gegen Warriors ist halt das Death-Rency richtig gut. Ja, stimmt. Aber im nächsten Zug müssen wir wohl Morph legen. Vermutlich mal abtreten. Ja. Oder zumindest ein bisschen das Board Store. Möglicherweise. Ziemlich sicher. Weil jetzt kommt der 2-3er und das Token und wir kotzen schon ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Und wir kotzen schon ein bisschen. Ein bisschen. Siehst du? Wir kotzen. Ja, gut. Aber der ist okay. Den darf er. Und das Pet. Hm, das Pet. Was hältst du von... Pet? Ja, das kostet 4. Bock auf Petting? Ja, ich habe eher gedacht vielleicht... Ja, ist es nicht cool das Pet zu spielen und dann mit offenem Mana abzublocken und dann mit viel Glück... Ja, vielleicht. Also ich nehme ja nicht an, dass er mit dem Chief jetzt kommt. Nein, da kann er doch nicht. Und wenn er kommt, dann tauscht wir halt. Ich meine. Ja. Für die Damage die wir da sparen. Wenn er mit beiden kommt, könnte es halt gut sein, dass er den Protection Spell hat. Ja, dann... Dann müsste es den Boston Master Block. Boah. Aber ja, das ist schon nicht so cool. Da haben wir das Problem. Was machen wir, wenn er denn jetzt den Trick hat? Verlieren. Verlieren. Neh, nicht unbedingt. Aber dann ist er 4-3. Wird es schon anstrengend. Aber vielleicht musst du ja einfach den Trick tauschen. Ist es nicht unter Umständen cooler, jetzt einfach mich zu blocken und dann halt mit dem Pet-Goal zu sagen? Vielleicht. Vielleicht. Ja, ich glaube schon. Sollten wir eh noch ein ungetaubtes Land ziehen vielleicht. Mhm. Great. Boah. Leg mal das Weiße. Aber es sieht schon nicht so cool aus jetzt. Ja, gut. Ich finde, es kommt sich halt sehr drauf an, was wir jetzt ziehen. Was der Morph ist. Ne, was wir ziehen. Was wir ziehen. Wenn wir das Land ziehen, dann kommt es gut. Ja, ich glaube, wenn wir das Land ziehen, dann kommt es richtig. Jetzt greift er mit allem an und du blockst den 2-1er. Ja. Oder? Den 2-1er? Ja, dann ist... Ah, du kannst halt den 3-1er. 2-3er. Und Essen. Ne, ich glaube, ich block den, weil wenn er... Ja, den 2-1er. Den 2-1er. Da kommen wir vielleicht mit. Okay, was passiert, wenn wir das spielen? Dann sind wir einfach tot. Okay, dann spielen wir es nicht. Wenn wir einen Morph spielen... Sind wir noch nicht tot. Ja, aber fast. Kommt drauf an, ob er das fünfte Land hat oder nicht. Wegen seinem Morph. Meinst du, da ist irgendwas Schlimmes? Ah, wir sind ja auf 6. Wir erlegen auch den Morph. Welchen... Welcher ist denn? Ich hätte gesagt, der Stalker. Ja. Weil wir den anderen wollen wir doch behalten. Ja. Aber ja, es sieht schon nicht so gut aus jetzt. Das Land wäre gut gewesen. Richtig gut. Chi Chi. Ja. Schade. Ja. Was da drunter? Ripper. Wiff. Ja gut. Hätten wir das Land gezogen. Ja. Schade. Ähm, Zeitwoch haben wir ja. Nichts? Nicht viel. Nein. Ne, gut. Lassen wir es so. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. On the plane? Ja, ich glaube, wir müssen wir gehen. Ich glaube, in diesem Matchup müssen wir. Das ist okay. Es ist okay. Er hat eine Wall. Und Doppelgrün für sie. Ähm. Caves. Ja. Ja, es hat alles, oder? Ich meine, da holen wir uns zwei Tiere. Wollen wir einen Zweidrop ziehen? Die Wall zum Beispiel? Wollen wir ja das. Oder den. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Hier. Hast du. Hast du Rare? Hast du Probleme? Eine Rare? Hast du Rare? Hast du Probleme? Ich meine, mit diesem Draw könnten wir eigentlich auch alle 10 Rare's auf dem Tisch kriegen. Vielleicht. Ja. Außer das Equipment, das wollen wir nicht. Jetzt greifst du hier an und legst den Mentor. Ja. Und dann wieder Tappedlander. Ein paar Zügelungen. Ein paar Zügelungen, ja. Ein bisschen Looten. Ja. Hätten wir das mit Mana irgendwie so spielen können, dass wir hätten Looten können? Ich, oder? Ne. Wenn wir das Blau-Weiße gespielt hätten. Das finde ich cool. Das finde ich sketchy von ihm. Aber er hat vielleicht irgendwie einen Trick. Jetzt würde ich das Weiße, das Weiße. Wegen den Ivory Task Force. Ja. Weil wir das ungetapte Zügelungen. Ja. Richtig. Und jetzt greifen wir nicht. Nein. Jetzt sagst du Co. Ist halt fies, wenn er jetzt Spring-Low hat. Und den Re-Spawner auf den Pump schießen kann. Aber dann verliert er ja unendlich Zeit. Dann macht er sonst nichts. Ja. Witterend. 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 Der Schlingel. Ist nicht so schlimm. Nee. Ob jetzt, wenn wir das Land nicht ziehen, können wir Moor pflegen? Ja. Natürlich ziehen wir das Land nicht. Wir ziehen es nie. Aber wir haben ja eins. Im nächsten Zug haben wir einen riesen Klotz. Und er hat gerade sein Utterend durchgelassen. Ja. Sein Weg ist bis jetzt auch nicht schlecht. Ja gut. Die marschieren dann halt. Jetzt will ich unbedingt den weg haben. Ja. Die anderen kannst du da ja essen. Ja. Einen nach dem anderen. Gibt er noch einen Ruthless Ripper? Ja. Ja. Den sollte man nicht blocken. Gibt es wieder da recht. Gut. Okay. Also wenn er jetzt kein Removal hat, ist er tot, oder? Da früher oder später. Nächsten Zug kommt sie der Unwrap für zwei Tiere vermutlich. Ja. Aber nicht so viele im Deck. Und dann können wir den Fiend casten, weil das Grab voll ist. Ja stimmt. Tipptopp. Tipptopp. Das Combo-Deck. Es ist immer schön wie die Raiders so synergieren. Und das merkt man eben dann doch erst in der Rare-Change. Ja. Gut, gut bringen wir das noch in Erfahrung für ein Grand Prix. Also sein Deck ist schon eigentlich so gut. Ja. Mit all den Valley-Dashern. Nichts gegen Valley-Dashern. Was unter dem Morph doch kein. Wohl nicht. Aber die Valley-Dashern sind doch einfach gar nichts. Hast du die eh mal gespielt und warst froh darüber? Ja doch. Nichts. Oh come on. Oh come on. Irgendwie wieder Schaffler. Oh come on. Obwohl. Eigentlich kann man sich nicht über den Schaffler. Oh oh. Ja ne. 17 Leben. Komm. Oh oh. Boney back. Sag sowas nicht. Nein. Nein. Das ist nicht so streben. Ich glaube auch nicht. Ja wirklich. Ich hätte ja mit allem angreifen müssen. Oder nicht? Oh. Oh. Also hier kannst du für zwei Mana den Finn spielen? Will ich für zwei Mana den Finn spielen? Für zwei Mana Finn und den Morph. Für drei Mana Finn und den Morph. Für zwei Mana Finn und den Drakentropel. Ach komm. Ne das wollen wir nicht spielen. Den willst du looten. Ja ich glaube auch. Willst du den Morph oder willst du looten? Ne ich glaube ich will den Morph. Ja wohl schon. Du bist halt schon so viele Blocker wie du kannst. Ja. Dann kannst du den. Ja sein Morph. Ja sein Morph ist nicht schlimm. So können wir den kaputt machen. Ich glaube ja nicht dass er sich erholen kann jetzt. Sollte schon nicht möglich sein. Mit dem Morph blocken? Einfach falls es der. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Und falls es halt ein 5-3 ist haben wir auch Pech gehabt. Oder 3-6 oder whatever. Dann töten wir ihn halt. Ist ja nicht so schlimm. Ja ja. Ich glaube jetzt können wir ihn dann ohnehin super auskontrollieren. Ja das ist auch nicht so schlimm. Ja das ist okay. Jetzt zerstörst du ihn halt einfach. Und lootest. Ja jetzt sagen wir einfach Go oder? Ja. Ich meine wenn er jetzt angreift. Nein willst du ihn nicht jetzt zerstören? Warum? Ja dann kann er nicht Morph in den Riespons. Ja. Er hat nur vier Mana. Nein aber schau mal wenn er jetzt angreift. Und blocken wir einfach mit dem Fortress. Okay. Okay kannst du mal. Und wenn er aufdeckt. Dann können wir immer verschiessen. Vielleicht. Und sonst mache ich ihn minus 3 minus 3. Und dann loote er. Ich glaube das. Schauen wir mal. Ja. Was hat er bewegt? Trottel. 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 Für zwei. Ja. Das war jetzt aber nicht geil gezockt von ihm. Aber von uns. Zeig dir noch das Trottel. Trottel. Trottelcard. Ja. Das reicht eben nicht ganz. Aber er hätte doch mit allen Infant rein angreifen müssen oder? Natürlich. Ich finde es nicht cool gezockt von. Boah. What a draw. What a draw. Eins. Er hat nur noch. Ah er hat Trottel in der Hand. Das weißt du. Ah das kann er nicht zahlen. Kann er nicht zocken. Ja. Ja. Das würde ich mal Chi Chi nennen. Ja. Unser Deck kann halt schon viel. Ja. Ja. Das sind paar Träger. Alle leben. Und er hat noch Trottel. Kein Bock. Der Trottel. Der Trottel. Der Trottel. Kein Bock mehr. Also sein Deck ist nicht so gut. Ne aber ich glaub gegen unseres. Das Matchup könnte schon gar nicht so schlecht sein gegen uns. Nein. Und wir können nichts. Ja wir könnten Feed the Clan bohr. Das ist das einzige. Ne das wollen wir nicht. Oder Weinstorm. Windstorm. 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 Er hat ein Flieger gezeigt. Ja gut. Der ist nicht genug. Ich frag mich ob wir den Mentor. Vielleicht. Socken wollen. Gut der ist halt schon auch im Splat. Der stretcht halt wieder die Mana Base. Und ich glaub auch. Ne ich glaub das Secret. Und die Karten die wir cutten würden werden sind die Rares. Ich will die Secret Karten. Ich glaub für nen Mentor. Kannst du machen. Auch wenn der Mentor nicht geil gefixt ist aber. Vielleicht ja. Kann man machen. Ich glaub das Vita Clan können wir nicht spielen. Einfach weil wir zu wenig. Nein es ist weil wir zu wenig Ferocious haben. Ach ja. Aber so gefällt es mir eigentlich. Ist ja auch knapp dass wir das Spiel 1 nicht gewinnen. Ja. Ja die Mauern ziehen. Und Deferen ziehen. Ja. Boah die Hand ist schlecht. Die muss man schicken oder? Ich glaube die macht gar nichts. Ja. Die Hand ist ok. Die Hand ist gut. Leider kein Rot aber. Was willst du tun? Ja aber wir haben dafür. Ja aber wir haben dafür. At least Sultacan. Ja. Wir haben schon ein bisschen Zeit um uns in was zu ziehen. Aber jetzt kommt 2-2 hast. Schon ist es mühsam. Oh. Ein guter Traum. Ja. Sandland. Gut. At least Mentor. Ja ja. Schauen wir mal. Nichts. Das ist gut wenn er nichts hat. Das ist sehr gut. Mentor ist super oder? Dann können wir jetzt auch den Dreck weg looten. Ja. Die Länder. Den Dreck. Die Länder. Genau. Vielleicht klappt es ja diesmal mit Sidian Ritten und so. Jetzt lernt er das vermuten. Utter End. Okay. Cool. Ja. Ähm. Swamp. Oder Forrest. Ist egal. Ja. Kannst beides. Gibt es irgendeine Karte wo es eine Rolle spielt? Ich überlege. Sieht an. Aber nächsten Zug nicht. Okay. Egal. Aber kommt gut so denke ich? Wenn er irgendeinen Unfug macht hast du den Soldat Charm. Ich frage mich ob ich den jetzt töten soll. Glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich denke du willst töten was er jetzt legt. Ja. Wahrscheinlich den Kirill oder so. Und dann hast du den Soothsayer. Der. Der den. Velidation jeden Tag floggt. Ja. Okay. Und. Nichts. Den würde ich zerstören. Ja. Da helfe ich mit. Und dann sieht sich schon ganz okay aus. Ja. Klar. Vor allem weil der Soothsayer jetzt die. Die. Tolle. Findet irgendwas. Eine Rare halt. Ziemlich sicher. Vielleicht auch. Was denkst du. Wie viele Rare's findet. Ja. Ich sag zwei. Ich sag auch zwei. Zwei. Eine. Ja die nehmen wir auch. Ja. Jetzt sind ja alle anderen Spells durch. Die sind auf 12. Haben den Roadblock. Und der hat irgendwie nichts. Nichts mehr. Lololololol. Das macht's nicht wirklich was. Ja jetzt kommt noch das Removal. Okay. Ja gut. Aber ich mein. Die Chance ist jetzt riesig dass wir. Go for it. Ich seh schon dass wir jetzt all die dicken Tiere finden. Ja. Der ist okay. Würde ich mal sagen. Der kann was. Ich glaub der kann sie nicht. 14 Karten im Grab. Gut. GG. Okay. Jetzt die Gretchenfrage. Block. Nein. Meinst du? Ja. Er hat Trottl gezeigt. Er hat Trottl. Und vielleicht hat er auch noch einen Bringer. Nehm die drei. Ich glaub ach dass ich die drei nehmen will. Okay. So. Morph und. Und zerstören. Jetzt zerstören? Ja warum nicht. Oder von mir ist er ein Abkipp. Aber. Falls er was hat. Ja das mit der Abkipp. Der Abkipp von ihm. Dann muss. Weil er alles mal noch offen hat. Mhm. Aber. Ich würde ihn nicht noch eine Karte ziehen lassen. Falls ihm ein Trikot oder sowas ist. Mhm. Falls du noch mal. Und worst case kannst du immer noch mit dem Mord schauen. Aber müssen wir wohl nicht. Ich denke auch nicht. Ich mein wir haben ja. Die Kindersicherung in die Fleck den Palmen. Genau. Ja wie Sarah war schon immer eine gute Karte. Habe ich gehört ja. Mhm. Ja und jetzt. Kannst du deinen. Deinen Typ aufdecken. Nein. Ich würde angreifen und 6 drauf spielen. Greifen wir mit dem an. Ich mein es gibt heute das. Das Destroy Target Attacker. Die. Ich glaube mit Feen greifen wir nicht an. Ich mein solange. In diesem Spot kann man das machen. Solange der League gewinnen wir einfach oder. Aber wir. Ja wir müssen schon schauen dass wir schnell gewinnen. Warum. Es gibt doch schon Karten die aus diesem Spot gewinnen. So. X Damage ins Gesicht. Aber da braucht er noch mal. Ja. Dann kriegt er es ins Gesicht. Ja wenn jetzt. Ja klar. Aber ich denke wir haben Runde 1 gewonnen. Ja ich hoffe. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ja den machen wir gar nicht. Ja. Headblade. Ist egal. Eine Handkarte. Ja. Kast doch. Für 2 oder. Ich denke. Das soll auch schon haben. Dann können wir noch aufdecken. Können wir das noch? Nein. Wir haben nur über das Tatland. Hau uns. Gutes Deck der Herr. Ähm. Ja. Spielen wir das Land noch schon oder? Ich glaube schon. Du wirst schon wieder Ressourcen. Ja. 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 Geifen wir noch an. Nein. Willst du Traden? Ja die Sache ist. Würde ich blocken in dem Spot? Natürlich. Da kann man doch gerade so gut auch anpassen. Würdest du nur für es sagen. Ich finde ich so rein damage wenn er angreift. Ist dir doch wurscht. Oder nicht? Also du kannst schon angreifen. Gibt es irgendwas Schlimmes mit Trade? So ein Wingmate Rock? Vielleicht. Ja. Ja. Kann schon angreifen mit einem Traden. Dann sind wir immer. noch völlig vorne haben wollen. Ich glaube auch. Und wir könnten noch den Drachen drum legen. Ja. Nö. Ich glaube nicht dass wir noch was legen. Ich glaube das ist alles. Nein das ist okay. Das sind alles Sachen die wir wegnehmen. Ja Palme haben wir offen und Luten. Genau. Ich glaube wenn Palme offen ist kann uns nichts passieren. Jetzt würde ich diesmal machen. Nö. Einfach dass du weißt ob du kannst. angreifen kannst mit dem 4-5 oder nicht. Wenn du ja Angst vor Killshot hast. Ich glaube ich möchte die lieber aufdrehen und angreifen. Ich meine wenn er Killshot hat dann ist das okay. Ja du kannst ja beides tun. Ja ne dann habe ich das Palme nicht mehr offen. Falls er irgend so einen Zurgor oder so hat. Wenn er Zurgor in der Hand hat dann nimmst du ihn weg mit Dispice. Ach komm. Ja den Wipper nehmen wir. Siehst du. Ja gut. Jetzt kannst du aufdecken und angreifen. Ja das ist schon okay. Also wenn wir jetzt sterben im nächsten Zug. Dann bist du schuld. Dann bezahle ich dir den Draht. Ja und ein Bier. Und ein Bier. Okay. Ich würde den Draht in den Thron wegschmeißen. Möglicherweise. Aber irgendwann zocken wir den auch noch okay. Ja es gibt sicher Spots wo er gut ist. Jetzt hat der Killshot getop deckt. Getop deckt. Selbst dann ist er tot. Ich glaube er spielt keinen Killshot mit seinem Deck. Ja gut. Dann weiß er nie. Und jetzt haben wir noch schöne Wolfe. Falls er einen Haster hat und Palme. Ich glaube das spielen wir nicht. Falls er einen Zorn hat. Du kannst Spunner legen und Second End. Ja. Ich glaube jetzt haben wir wirklich den Luxus das wir um Rires rumspielen können. Ich glaube jetzt haben wir den Luxus das wir Runde 1 gewonnen haben. Juhu. Geigen Pratty. Geigen Pratty. Geigen Pratty. Geigen Pratty. Geigen Pratty.